Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Folge 6 Mord in guter Gesellschaft Personenübersicht Alfie McAllister entflieht der Londoner Hektik und tauscht sie gegen die Ruhe und Stille der Cotswolds ein. Leider ist die Idylle im Herzen Englands tödlicher als erwartet. Margaret Marge Redwood und Clarissa Liz Hopkins leben schon ihr ganzes Leben lang in Bunbury. Sie sind bekannt für den besten Karamell der Cotswolds. Zwischen dem Afternoon Tea und dem abendlichen Gin sind sie kleineren Schnüffeleien nicht abgeneigt. Emma Hollis liebt ihren Beruf als Polizistin. Was sie jedoch gar nicht liebt, sind die ständigen Verkupplungsversuche ihrer Tante Liz. Betty Thorndike ist eine Kämpferin. Vor allem kämpft sie für Tierrechte. Sie ist das einzige Mitglied von Bunburys grüner Partei. Oscar de Linnit lebt in London. Er ist der beste Freund von Alfie und versucht ihn zurück in die Stadt zu locken. Schließlich kann auf dem Lande jeder gut sein. Dort gibt's keine Versuchungen. Augusta Lytton, Alfies Tante. Auch nach ihrem Tod ist sie immer für eine Überraschung gut. Harold Wilson zieht ein oder zwei pint seinem Job als Polizeichef vor. Bunbury, ein malerisches Dorf in den englischen Cotswolds. Doch hinter der perfekten Fassade lauern finstere Geheimnisse. Hör nichts Böses, sag nichts Böses und du wirst zu keiner Cocktailparty eingeladen. Oscar Wilde 1. Stolz und Vorurteil in den Cotswolds Elfie McAllister, die zierliche, weißhaarige Dame starrte ihn durch ihre riesigen Brillengläser an. Willst du mir etwa erzählen, dass du David Savile noch nie besucht hast? Ich dachte, ihr zwei seid befreundet. Das sind wir auch. Er zieht es nur vor, dass wir uns in Bunbury treffen, wegen seiner großen Vorliebe für unsere Cream Tees. Mardred Wood's Miene wechselte von Überraschung zu unverhohlenem Missfallen. Seiner Statur nach zu urteilen, würde ich meinen, dass er jedermanns Cream Tees mag. Aber, aber, entgegnete Liz, nicht jeder ist mit deinem Stoffwechsel gesegnet, und ich finde, dieses Pummelige steht ihm. Na, stimmt auch wieder. Und es ist umso besser für uns, bedenkt man, welche Mengen von deinem Karamell er bestellt. Und dafür haben wir Elfie zu danken, sagte Liz. Elfie, mein Lieber, es war überaus freundlich von dir, uns ihm zu empfehlen. Er hat im Geschäft einen solchen Aufschwung beschert, weil er es bei all seinen Dinnerpartys serviert. Und jetzt bestellen seine vornehmen Bekannten auch bei uns, fiel Marge ihr ins Wort, stemmte sich aus ihrem Schaukelstuhl hoch und ging zu dem Tisch mit den Spitzendeckchen, um die Teekanne zu holen. Du glaubst ja nicht, wie lang meine Liefertoren jetzt sind. Mehr Tee, Elfie? Ja, gern, erhielt ihr die Porzellantasse mit dem Rosenmuster hin. Es fühlte sich immer sehr vornehm an, bei Liz und Marge Tee zu trinken. Tut mir leid, dass ich dir dadurch eine Menge zusätzliche Mühe bereitet habe. Ach, hör nicht auf Margaret, sagte Liz, die das Milchkännchen holte und einen Spritzer an seinen Tee gab. Sie ist am glücklichsten, wenn sie jammern kann. Ich genieße es, das Karamell zu machen, und meine Geschäftsführerin hier ist ziemlich begeistert, wie gut wir uns machen. Du müsstest mal sehen, wie ihr kleines Gesicht aufleuchtet, wenn sie dieser Tage die Abrechnung macht. Vor lauter Herumfahren komme ich kaum noch zur Buchhaltung, murmelte Marge. Wir könnten die Ware jederzeit per Post verschicken, erwiderte Liz. Wir sind ein hier vor Ort beheimatetes Unternehmen, und der persönliche Kontakt zahlt sich immer aus, hielt Marge dagegen. Außerdem liebst du es, herumzufahren. Marge besaß den Anstand, ein wenig zur Knirsch reinzublicken. Da hast du nicht Unrecht, gestand sie ein. Elfie, dieser Wagen, den du mir gekauft hast, läuft traumhaft. Das war so großzügig von dir. Von der Versicherung hätte ich nicht mehr als einen Zehner für meinen alten bekommen. Er winkte ab. War mir ein Vergnügen. Mich freut, dass er dir gefällt. Auch wenn das Karamellgeschäft der beiden Damen zunehmend erfolgreicher wurde, vermutete er, dass sie über nicht allzu viel Einkommen verfügten. Marge war schon bei Liz eingezogen, damit sie keine zwei Haushalte unterhalten mussten, sondern sich die Kosten für einen teilen konnten. Elfie war an einem Haushalt mit einer alleinerziehenden Mutter im Londoner East End aufgewachsen und wusste folglich genau, was es bedeutete, knapp bei Kasse zu sein. Er konnte bis heute noch nicht wirklich fassen, dass er mittlerweile, nachdem er sein Start-up-Unternehmen verkauft hatte, ein Multimillionär war. Und er hatte auf die härteste Weise erfahren müssen, dass man sich mit Geld kein Glück kaufen konnte. Nun jedoch, ein Jahr nach Vivians Tod stellte er fest, dass es mehr Gute als schlechte Tage gab. Und dieser Umstand war maßgeblich, den beiden Damen hier zu verdanken. Mich wundert, dass du noch nie David Savills Herrenhaus gesehen hast, kehrte Marge zum ursprünglichen Thema zurück. Ich hätte gedacht, dass du darauf bestanden hättest, wo es jetzt doch solch eine lokale Berühmtheit ist. Sein Haus ist eine lokale Berühmtheit? fragte Elfie verwirrt. Es war doch auf allen Plakaten für den Film. In der Hoffnung, eine aufschlussreichere Information von ihr zu bekommen, sah Elfie zu Liz. Film? Die neue Stolz- und Vorurteilverfilmung, erklärte Liz, die die letztes Jahr herauskam und angeblich die beste von allen ist. Das ist sie auch, beteuerte Marge. Ich fand ja immer, nichts könnte besser sein als die BBC-Version mit Colin Firth als Mr. Darcy. Erinnert ihr euch an den Moment, in dem er mit dem nassen Hemd aus dem Teich auftauchte? Aber Dorian Stevens ohne Hemd zu sehen... Sie stieß einen langen Seufzer aus. Also Gott nicht, Marge, sagte Liz. Die Leute sollen doch nicht denken, dass du eine von diesen Leopardinnen... Du weißt schon, eine dieser Damen, die hinter jüngeren Männern her sind. Marge verdrehte die Augen. Clarissa, wie oft hab ich dir das schon gesagt? Man sagt Silberlöwe. Du musst wirklich mal deine Großkatzen sortieren. Und dass Dorian sich auszog, ist wesentlich für die Handlung. Ach wirklich, meine Liebe? Dann muss ich die Textstelle wohl überlesen haben, in dem Jane Austen es erwähnt. Marge ignorierte die bissige Bemerkung. Wie dem auch sei, sagte sie und wandte sich Elfie zu. Alles wurde auf David Savills Anwesen gefilmt und auf den Plakaten sieht man Dorian und diese Schauspielerin, die Elizabeth Bennet spielt, du weißt schon wer, mit dem Herrenhaus im Hintergrund. Erinnerst du dich jetzt? Erfie schüttelte den Kopf. Nein, ich glaube nicht, dass ich den Film gesehen habe. Doch, ganz sicher, jeder hat den gesehen. Er ist letztes Jahr rausgekommen. Um Himmels Willen, hast du hinter dem Mond gelebt? Erfie entging nicht, dass Liz ihrer Freundin einen warnenden Blick zuwarf. Sie war die kräftigere von beiden und die ältere, die gemeinhin würdevoll wahrgeblieb. Erfie hatte in des rasch erkannt, dass Liz wirklich sehr klug war. Und natürlich musste sie begriffen haben, dass der Film kurz nach Vivians Tod in die Kinos gekommen war, als Elfie nichts anderes um sich herum mitbekommen hatte. Das Landhaus von Savills ist wirklich sehr interessant, sagte sie. Es wurde im späten 17. Jahrhundert erbaut. Und steht immer noch, unterbrach Marge sie. Während alle Bauten aus den 60ern und 70ern um uns herum zerbröseln. Englisches Barock, fuhr Liz fort, ohne auf diese Zwischenbemerkung einzugehen. Eine wunderschöne Fassade mit herrlichen ionischen Säulen und ein traumhafter von Capability Brown angelegter Garten. Das Anwesen ist wirklich sehenswert. Und als Freund von David Saville müsstest du nicht mal Eintritt bezahlen oder stundenlang anstehen, sagte Marge. Mittlerweile fahren da ganze Busse zur Besichtigung vor. Selbstverständlich sehen die Touristen nur einen kleinen Teil des Haupthauses, ergänzte Liz, David Savills Frau hat den alten Stall zu einem Restaurant, einer Geschenkboutique umgebaut und in einem anderen Nebengebäude ist ein kleines Museum. Sie hat alles ganz hervorragend gestaltet. Musste sie auch, weil David Saville nicht mal allein aus einer Papptüte finden würde, sagte Marge. Alfie lachte. Er mochte David sehr, hatte bei ihm jedoch auch noch nie ein auffallendes Organisationstalent bemerkt. Vermutlich hatte ihm seine reiche Herkunft ermöglicht, mühelos durchs Leben zu schlendern. »Ist seine Frau eine vornehme Partyplanerin?«, fragte er. »Nein, überhaupt nicht vornehmen«, antwortete Marge. »Ich glaube, seine Familie war entsetzt, als er sie heiratete. Wahrscheinlich hatten sie mindestens auf niederen europäischen Adel gehofft. Aber sie ist genau das, was das Anwesen braucht. Springt ein, wo es nötig ist, sorgt dafür, dass das Personal anständig bezahlt wird und stellt Leute von hier ein, wenn sie zusätzliche Hilfe brauchen.« »Hat sie vor der Heirat gearbeitet?«, erkundigte sich Alfie. »Vielleicht als Serviererin, Milchmarkt oder Striptease-Tänzerin?« »Als Krankenschwester«, antwortete Liz. »Sie hat ihn gepflegt, als er mit einer Meningitis im Krankenhaus lag. Der arme Mann wäre beinahe gestorben.« Anscheinend war Davids Leben doch nicht ganz so sorgenfrei gewesen, wie Alfie es sich vorgestellt hatte.« »Work die Zettel abonniere, meine Zettel abonniere, die Zettel abonniere wurde. »Aberto zu sein, dass ihr mit einer Meningitis im Krankenhaus lagert, sie hatte einen Schraubundskins empirisch eingestellt. »Aberto zu sein,